Da ist, würde ich zum Reinigen benutzen und dann gucke ich mir das entsprechende Pferd an. Wenn das Pferd da steht und mir die ganze Zeit schon mit angelegt wurde und sagt, das tut mir weh, dann würde ich den Striegel vielleicht bei dem Pferd an der Stelle nicht benutzen. Aber das heißt jetzt nicht, dass man den Prinzipien nie an der Stelle benutzt. Das ist von Pferd zu Pferd unterschiedlich. So wie der eine sich gerne mal so richtig den Rücken kratzen lässt, mag ein anderer nicht mal gerne kuscheln oder so. Das ist also von Tier zu Tier auch total unterschiedlich. Und da würde ich einfach während des Striegelns einfach mal so ein bisschen aufs Pferd gucken. Es kommen nämlich manche Pferde an, die stehen dann da so, oh Gott, da kann man so richtig seine ganze Kraft so ein bisschen reinlegen. Die finden das total toll. Und manche sind super sensibel. Die weiße Stute ist zum Beispiel sehr sensibel. Also für die müsste ich eine extra weiche Bürste kaufen.